Mein Name ist Arne Lietz, ich bin der SPD-Europaabgeordnete für Sachsen-Anhalt und ich unterstütze mit diesem Video Winnie Zielske. Sie ist Kandidatin für die Landratssituation in der Börde. Dort hatten wir die erste Wahl, sie ist in die Stichwahl gekommen. Am 8. April ist nun die Stichwahl. Gehen Sie mit dem Ausweis einfach in das Wahlbüro, wo Sie auch davor schon abgestimmt haben oder wo Sie die Aufforderung bekommen hatten und gehen Sie hin, Sie bekommen keine Erinnerung. Warum Winnie Zielske? Winnie Zielske ist hochaktiv im ganzen Landkreis unterwegs. Sie kennt den Landkreis durch ihre Tätigkeit als Geschäftsführerin, wo sie eben den Abwasser- und Trinkverband der Börde leitet. Und da kennt sie zum einen die Börde als Region und als Landkreis mit den verschiedenen, unterschiedlichen Entwicklungen. Sie kennt aber auch das Management. Dieses Management, diese Management-Erfahrung, Haushalte aufzustellen, mit Personen umzugehen, komplexe Sachverhalte zu bedenken. Genau das braucht sie, um eine Kreisverwaltung zu leiten. Das ist das Handwerk, was sie dort mitbringt. Aber auch die politische Kompetenz, ihre Erfahrungen, die Region zusammenbringen zu wollen, Nord- und Südbörde hier näher aneinander heranzuführen, aber auch die Region mit zu bedenken. Ich hatte den Besuch mit ihr in der Hundesburg. Kulturelle Dinge mit zu bedenken, auch für den Landkreis. Das sind Themen, die ihr ganz stark am Herzen liegen. Von daher gehen Sie zur Wahl, gehen Sie zur Stichwahl, geben Sie Winnie Zielske Ihre Stimme am 8. April. Alles Gute!